In Sachen Film können wir auch ein One-to-One-Training machen, ein Firmen-internes Training. Das bedeutet, wir halten es in einem sehr kleinen Rahmen und ich komme zu Ihnen. Ich trainiere Sie direkt vor Ort. Wir führen vorher ein Gespräch und dann teilen Sie uns einfach Ihre Wünsche mit und natürlich auch, wie lange das Training dauern soll, wie intensiv es sein soll, wie viele Mitarbeiter dabei sind und daraus wird ein schönes Paket. Das ist eine sehr effektive Möglichkeit, etwas zu trainieren und natürlich bekommt man auch verwertbare Ergebnisse direkt vor Ort heraus. Vielleicht rufen Sie uns einfach mal an oder schicken uns eine Mail und dann können wir diese ganze Sache für Sie direkt zusammenstellen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.